Herzlich Willkommen zum nächsten Lernvideo unserer Videoreihe zur Differenzialrechnung. Heute werden wir uns mit den Wendepunkten auseinandersetzen. Über diesen Begriff sind wir bereits kurz im Video zum Bestimmen von Krümmungsverhalten einer Funktion bestossen. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, dass das genau jener Punkt war, in welchem die Funktion ihr Krümmungsverhalten ändert. Also sprich, sie geht entweder von links nach rechts gekrümmt oder von rechts nach links gekrümmt über. Vielleicht könnt ihr euch auch noch an die hier gezeichnete Funktion erinnern. Diesmal nämlich genau jene, bei welcher ihr im Video habt bestimmen müssen, wo die Funktion welches Krümmungsverhalten aufweist. Und bei jener war dieser Punkt W, der hier eingezeichnet ist, jener, wo sich das Krümmungsverhalten der Funktion ändert. Also der Punkt 1, 0. Kommen wir mal zur Definition eines Wendepunktes. Ein Wendepunkt ist wie folgt definiert. Es sei f von d nachher eine reelle Funktion. Eine Stelle x aus d heißt Wendestelle. Also kommen wir mal zur Wendestelle zuerst, bevor wir mal zum Wendepunkt kommen. Wenn die Funktion in diesen einen Übergang von rechts nach links, beziehungsweise von links nach rechts gekrümmt hat. Also wie schon vorher erwähnt, dass eben genau jener Punkt, wo wir eben zum Beispiel wieder an unser Lenkrad denken, das Lenkrad kurzgerade steht. Warum es kurzgerade steht, dazu kommen wir auch gleich. Der Wendepunkt ist dann im jener Punkt mit x und f von x als y-Wert. Und auch gibt es auch noch eine Wendetangente, welche man an den Punkt anlegen kann. Die heißt dann eben Wendetangente. Ich überlege mal kurz, warum ich sage, dass das Lenkrad kurz in einer neutralen Position ist. Wir wissen ja, dass f' von x kleiner als 0 ist, wenn die Funktion rechts gekrümmt ist. Und dass f' von x größer als 0 ist, wenn die Funktion links gekrümmt ist. Und wir wissen auch, dass wir an der Wendestelle, beziehungsweise im Wendepunkt, einen Übergang von rechts nach links gekrümmt haben. Sprich, an dieser Stelle wird die Funktion genau 0 sein, weil sie neutral ist. Also wir haben eben einen Vorzeichenwechsel. f' von x muss irgendwann nochmal 0 sein. Und das ist eben genau die Wendestelle, beziehungsweise der Wendepunkt, welchen wir betrachten wollen. Aus jener Überlegung können wir folgende Definition ableiten. Wenn bei einer Polynomfunktion f bei x eine Wendestelle vorliegt, so gilt, dass f' von x gleich 0 ist. Aber auch das, warum es jetzt wirklich genau f' von x 0 ist, können wir uns nochmals genauer überlegen. Schauen wir uns dazu mal unsere Funktion von oben an. Bei genauer Betrachtung wird uns auffallen, dass im Wendepunkt der Abfall der Funktion am stärksten ist. Beziehungsweise im anderen Fall auch natürlich, dass der Anstieg in einem Wendepunkt am stärksten ist. Und genau deshalb liegt hier bei der Funktion f' von x. Wir erinnern uns, f' von x sagt uns ja, ob eine Funktion oder in welchen Bereichen eine Funktion monoton steigend oder monoton fallend ist. Bis f' von x größer als 0 ist, so ist die Funktion monoton steigend. Also die Funktion f ist f' von x kleiner als 0. So wissen wir, dass die Funktion monoton fallend ist. Also unser y sagt uns eben, wie stark unsere Funktion ansteigt. Also umso größer das y ist, umso stärker steigt sie. Umso kleiner das y ist, also umso kleiner unsere negative Zahl ist, umso stärker fällt die Funktion an der betrachteten Stelle. Also ist sozusagen unsere Wendestelle ein Extremum, also ein Maximum oder ein Minimum solcher einer betrachteten Funktion f'. Also suchen wir nach f' von x gleich 0. Überlegen wir nun ein wenig weiter. Der aufmerksame Zuhörer fragt sich nun vielleicht, ob es ausreichend ist, dass wir f' von x gleich 0 betrachten. Überlegt euch das mal kurz selber, ob das ausreichend ist, dass f' von x gleich 0 ist für eine Wendestelle oder ob es dazu vielleicht noch ein wenig mehr braucht, dass es auch wirklich eine Wendestelle ist. In diese Überlegung baut eventuell auch nochmals die Extreme ein, welche wir schon betrachtet haben, ob es da auch ausreichend war. So als kleiner Hinweis. Überlegt euch das im Kurz selbst. Die Auflösung gibt es gleich hier im Video. Kommen wir nun zur Auflösung. Und nein, es ist nicht ausreichend, dass f' von x gleich 0 ist, damit eine Wendestelle vorliegt. Dazu können wir ein Gegenbeispiel betrachten. Jene Funktion, welche ihr hier abgebildet seht, ist nichts anderes als f' gleich x auf 4. Wenn wir uns jetzt davon die zweite Ableitung anschauen, diese ist, also f' von x, ich lasse den Zwischenstritt aus, also wir leiten es einfach zweimal ab, ist nichts anderes als 12x². Na ja, und 12x² wird 0 für x gleich 0. Also f' von x ist 0 für x gleich 0. Also liegt die Vermutung nahe, zumindest aus dieser Rechnung, dass bei x gleich 0 eine Wendestelle ist. Wenn ihr euch jetzt schon mal die Funktion anschaut, dann seht ihr auch gleich, dass das gar nicht sein kann, dass bei x gleich 0 eine Wendestelle ist, weil sich das Krümmungsverhalten ja gar nicht ändert. Die Funktion bleibt einfach links gegrümmt. Und wir sehen, dass es eben nicht ausreicht, dass f' von x gleich 0 ist. Wir müssen dazu wieder auf unsere Extrema zurückgreifen. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, dass bei einer Extrema haben wir uns ja angeschaut, dass grundsätzlich mal f' von x gleich 0 sein muss. Und als weitere Voraussetzung haben wir auch noch angegeben, dass f' von x ungleich 0 sein muss. Und nachdem wir jetzt eine ähnliche Betrachtung vollziehen, nur dass wir eben von unserer Funktion f' ausgehen, muss eben hier jetzt f' von x ungleich 0 sein. f' von x ungleich 0. Schauen wir uns also diese dritte Abweitung nochmal an. Diese ist nichts anderes als 24x. Und wenn wir unsere Nuller jetzt in diese Funktion einsetzen, dann sehen wir, dass 0 rauskommt, also dass die dritte Ableitung somit nicht ungleich 0 ist. Und damit sehen wir, dass auch rechnerisch es nicht hinkommt, dass wir einen Wendepunkt haben. Mithilfe jener Überlegungen können wir nun folgenden Satz formulieren. Wir betrachten eine reelle Funktion f, welche von d nach r abbildet. Es liegt nun eine Wendestelle x aus d vor von f, wenn gilt, dass die dritte Ableitung gleich 0 ist und die dritte Ableitung der Funktion f ungleich 0 ist für x. Um das Ganze etwas klarer werden zu lassen, betrachten wir ein Beispiel. Wir betrachten die Funktion x hoch 3 plus 3x² plus 4. Wir wollen hier jetzt eben die Wendestellen angeben und auch noch zusätzlich die Wendetangente. Die Wendetangente haben wir jetzt theoretisch noch nicht behandelt, wird aber anhand eines Beispiels klar werden, wie man diese aufstellt und was sie uns sagt. Betrachten wir zuerst einmal die ersten drei Ableitungen, welche wir für die Berechnung der Wendestellen benötigen. Wir benötigen f' von x, welches gleich 3x² plus 6x ist. Wir benötigen f' von x, welches gleich 6x² plus 6 ist. Wir benötigen dann auch noch f' von x, welches gleich 6 ist. Damit haben wir mal die drei Ableitungen, welche wir eben zur Berechnung der Wendestellen benötigen. Kommen wir nun zur Berechnung an sich. Dazu wissen wir, dass wir erstmals f' von x gleich 0 setzen müssen. Und f' von x ist gleich 0 für x gleich minus 1. Also haben wir unsere erste potenzielle Wendestelle bei x gleich minus 1. Damit wir auf Nummer sicher gehen können, dass hier eine Wendestelle vorliegt, müssen wir x gleich minus 1 in f' einsetzen. Das sind die dritte Ableitungen. Also f' eigentlich. f' von minus 1 ist gleich 6. Und damit ist es ungleich 0. Und wir können uns auf Nummer sicher gehen, also wir können uns sicher sein, dass hier eine Wendestelle vorliegt. Weitere Wendestellen finden wir keiner. Das heißt, bei x gleich minus 1 liegt unsere einzige Wendestelle in dieser Funktion vor. Wir können auch noch den Wendepunkt angehen, wenn wir wollen, den wir hier mit Wp bezeichnen wollen. Wp ist minus 1 und f' von minus 1. Wp ist somit minus 1 und minus 1 in f' eingesetzt ist 6. Also liegt unser Wendepunkt bei minus 1, 6 vor. Jetzt benötigen wir noch unsere Wendetangente. Jetzt kann ich das Ganze mal raten, damit es übersichtlicher wird. Unsere Wendetangente hat immer grundsätzlich die Form, weil sie eine Tangente ist, y gleich, also eine Gerade, y gleich kx plus d. Wir haben also jetzt nochmal vier Unbekannte grundsätzlich. Aber zwei davon, also zwei dieser Unbekannte, fallen uns gleich mal in den Schoß. Das sind y und x. Unser y ist ja 6, weil wir unsere Tangente durch den Wendepunkt legen wollen und unser x ist minus 1. Fehlen uns also noch k und t. k bekommen wir auch möglichst dankbar. k gibt ja, wie ihr sicher schon wisst, an, wie stark die Tangente in diesem Punkt steigt beziehungsweise fällt. Und die Steigung, beziehungsweise wie stark die Gerade fällt, bekommen wir in diesem Punkt dadurch, indem wir die x-Koordinate des Punktes in die erste Ableitung einsetzen. Also schauen wir uns f' von minus 1 an. Und f' von minus 1 ist nichts anderes als minus 3. Damit haben wir nun drei Variablen, unsere vier Variablen, der Geradengleichung gefunden und wir können sie somit lösen. Setzen wir mal die Variablen ein. Wir haben für y 6, also 6 gleich für k minus 3, minus 3 mal minus 1 für x und unser d ist noch das letzte Unbekannte, plus d. Und wenn wir diese Gleichungen umformen, erhalten wir d ist 3. Wir können dann unsere Geradengleichung in der gewohnten Form angeben. y ist minus 3x plus 3. Und damit haben wir alle Anforderungen erfüllt, uns als Beispiel. Wir haben die Wendestellen gefunden, wir haben die Wendetangente gefunden und sind somit am Ende des Beispiels angekommen. Schauen wir uns zum Schluss nochmals an, wie die Funktion nun veranschaulicht aussieht. Wir sehen, wir haben bei minus 1,6 unseren Wendepunkt und durch diesen Wendepunkt unsere Tangente gelegt, welche sich so dann eben an die Funktion ankuschelt, beziehungsweise wirklich nur durch den Punkt WP geht und in diesen eben die Steigung angibt. Damit sind wir am Ende unseres Lernvideos angekommen. Wie immer hoffe ich, dass es lehrreich war und dass wir uns im nächsten Video wieder hören. Bis dann.